Muss ich meinen Arbeitgeber über meinen Rentenantrag für eine Altersrente informieren? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme öfters mal eine Anfrage zum Thema Informationspflichten des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem Rentenantrag. Und da gibt es im Grundsatz keine allgemeinen Regelungen, die hier irgendwie eine Informationspflicht für den Arbeitnehmer vorsehen, dass er verpflichtet ist, den Arbeitgeber Bescheid zu geben, dass er einen Rentenantrag stellt. Also arbeitsrechtlich ist das erstmal allgemein so üblich, dass man als Arbeitnehmer da gar niemanden informieren muss. Das ist so der Grundsatz. Aber es können sich natürlich aus dem Arbeitsverhältnis heraus, aber auch aus Klauseln im Arbeitsvertrag, aus dem Tarifvertrag heraus, solche Pflichten ergeben, wenn zum Beispiel klar ist, dass das Arbeitsverhältnis bei Bezug einer vorgezogenen Altersrente aufgrund einer Klausel im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag beendet ist und diese Klausel selbstverständlich dann auch wirksam ist. Also man muss dann auch prüfen, ob solche Klauseln überhaupt nach geltendem Recht heutzutage noch wirksam sind. Das Bundesarbeitsgericht hat ja in verschiedenen Entscheidungen pro und contra für solche Klauseln entschieden. Also da muss man ganz genau die Sachen betrachten. Aber es gibt sicherlich auch Verpflichtungen des Arbeitnehmers, den Arbeitgeber dann davon zu informieren, dass man einen Rentenantrag gestellt hat, wenn das Arbeitsverhältnis bei Rentenbezug weiterläuft und der Arbeitnehmer hier keine Teilrente wegen Sicherung des Krankengeldes zum Beispiel beantragt hat. Denn dann ändert sich nämlich der Krankenversicherungsbeitrag und dann sollte der Arbeitnehmer den Arbeitgeber schon informieren, denn dann sinkt nämlich der Krankenversicherungsbeitrag insgesamt ein wenig und der Arbeitgeber muss weniger Beiträge für die Krankenversicherung aus dem Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers an die Krankenkasse zahlen. Das ist zum Beispiel ein Grund, wo man sagt, okay, hier gibt es eine Verpflichtung, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber hier vom Rentenantrag informiert. Aber im Grundsatz gibt es keine allgemeine Verpflichtung, dass der Arbeitnehmer irgendwie dem Arbeitgeber sagen müsste, hier, ich habe jetzt gerade einen Rentenantrag gestellt. Es wäre sicherlich vernünftig, auch im Zusammenhang mit einer Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, doch darüber nachzudenken, ob man den Arbeitgeber nicht vom Rentenantrag informiert. Vorher würde ich aber mal in meinem eigenen Arbeitsvertrag schauen, ob da irgendetwas passieren könnte, wenn ich gar nicht vorhabe, aufzuhören mit Arbeiten oder aber ob es gar keine Beendigungsklauseln gibt und ich will aufhören mit Arbeiten, ob ich dann nicht notwendigerweise hier schriftlich vor dem Renteneintritt oder zeitnah zum Renteneintritt das Arbeitsverhältnis kündigen muss oder kündigen sollte. Weil man kann nicht mehr davon ausgehen, dass jeder Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch bei Renteneintritt freiwillig ziehen lässt, indem er ihm sozusagen einen Aufhebungsvertrag auf dem Tisch legt. Also meine Damen und Herren, bitte prüfen Sie in Ihren Arbeitsverträgen, in Ihren Tarifverträgen, wenn es welche gibt für Ihr Arbeitsverhältnis, ob Sie eventuell verpflichtet sind, den Arbeitgeber wegen einer Beendigungsklausel hier von dem Rentenantrag zu informieren. Ansonsten eine allgemeine Verpflichtung hierzu gibt es im Gesetz nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.